so passt alles ich denke ja so halli hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren live stream wettschulden sind ehrenschulden also heute abend heute nacht crash bandicoot absolut nicht mein game muss ich auch sagen ist auch das erste mal dass ich crash spiele und ja direkt drehen gar nicht lang zögern wir wollen das wir wollen das so schnell wie möglich abschließen das erste level habe ich mir angeguckt bin ich ganz ehrlich weil ich muss ja irgendwie reinkommen steuerung irgendwie checken wir spielen das einfach mal durch also in wahrheit bin ich auch eigentlich crash main das weiß halt nur eben keiner ja ich bin noch nicht warm geschwählt und ich habe gar nicht auf den bildschirm geguckt also das ach du scheiße ist das peinlich das ist so unangenehm ja ich nicht also ich genieße das nicht so so checkpoint Ja, los. Auf Ehrenbasis den, das Easter Egg hier mitnehmen. Ah, das läuft wie geschmiert, als hätte ich nie, als hätte ich schon ewig Crash gespielt. Okay. Wie gesagt, wie auf dem Titel steht. Oh mein Gott, das ist so scheiße. Okay. Ich habe übrigens keinen Spaß. Ja, klipp doch. Wenn du möchtest, klipp ruhig. Immerhin hast du Rechte dafür. Ja, fehlen halt ein paar, aber... Peinlich. Super peinlich. Was ist das denn auf einmal, Alter? Jungs, spiele ich hier Star Fox of Witch bestellt, oder was? Was ist das? 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 Du bist das? Oh, was ist das? Wow okay, das war ja recht einfach, what the fuck Okay Das jetzige, also das was jetzt kommt oder das davor Digga, was für Monkey Ball of Wish bestellt, ach du kacke Yo, Speedrun oder was? Alter, Moor, willkommen Freut mich, dass du vorbeischaust Eher nicht viel bei dir Ja, bro, perfekt Hätte ich da mit dem Aufzug hochfahren müssen? Oh, Alter Oh, Alter Oh Oh, der Skip, Bro Der, oh mein Gott Der Skip, Alter Alter, Monkey Ball of Wish bestellt, ich sag's euch Ja, nice Moor, gefällt mir Also freut mich auch Ich muss mit dem Ah, ne, die hätte ich Auch nööööööfeh Komm schon Oh, ja, perfekt, Mo. Gefällt mir. Oh! Wow, bro, Alter. Ja, nice, Mo. Ich freue mich, Digga. Könnt ihr? Oh, wow. Hier war ein Checkpoint. Oh! Alter, einfach raus hier. Ja, nice, Mo. Freut mich, freut mich. Gönn dir. Ich bin auf jeden Fall dabei. Also. Guck mal, ich bin einfach der beste Spieler in Crash, weil einfach keiner meine Zeit toppen kann. Ja, ich könnte Platz 1, 2 und 3 belegt. Das heißt ja theoretisch, ich bin einfach der beste Crash-Spieler überhaupt. Aha, auch mal wieder endlich ein Level, Alter. Oh. Warte, irgendwie tiltet mich das gerade. Ja. 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 Ich bin einfach dabei, Mann. Äh, Wulle. Jo, Mo, hau rein. Danke, dass du hier warst. Nein. 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 Okay. Lul. Hat mich das ein Leben gekostet oder meine Maske? Meine Maske, glaube ich. Alter, was setzt mich denn das so unter Druck, man? Oh Mann. Das hätte mir doch jetzt auch mal irgendwer sagen können. Ich gehe hier drauf, Decker. Sliden. Oh ho ho ho. Junge, habe einfach weggerutscht denn, Junge. Woh. Ah, Sleifen, Big Brain. Mann, ich hab den Chrysal jetzt. Lass mich ins Ziel, Alter. Was ist denn hier ein Ausrufezeichen? Was ist denn hier ein Ausrufezeichen? Ach so, okay. Die werden davon getötet. Okay, jetzt hab ich's. Ich bin immer noch absolut fasziniert von meinem Skip, den ich da hingelegt hab. In diesem Monkey Ball auf Wutschbestate-Level, holy shit. Oh, I'm gonna shake, rattle and roll your Bandy-Koop-Button. Jo, läuft doch gut. 18 Minuten, fast eine Welt fertig. Ich mein, geht bestimmt schneller. Aber... Oder ich bin's. Bin einfach krass. Okay, was ist das für ein Level, Alter? Ein... Ladebildschirm... Länger als sonst was, Alter? Oh, nee. Ich mag sowas gar nicht. Kann ich auch hüpfen? Nein. Natürlich nicht. Oh, ich dachte schon, ich muss mich ducken, aber... Glückhaft, dass ich da nicht abgebogen bin. Ehre. Äh, hä? Kann ich denn irgendwie in dem Wagen... ...hüpfen? Nee. Okay, ich hab keinen Spring-Ducken-Knopf. Okay. Ja, aber wie weich ich denn hier aus? Hä? Okay, jetzt stell ich mich ein bisschen blöd an. Ich darf's nämlich nicht. Woow! Ah, was passi... Wie hab ich denn... Holy shit, das ging mir zu schnell, Alter. Wie hab ich denn das jetzt gemacht? Ich verliere ja noch all meine HP in dem Level. Was passiert dann eigentlich? Muss ich dann alles von neu machen? Also komplette Welt, oder? Also nur Level von neu. Ich darf's nicht. Okay, wir gehen wieder hier lang. Oh, Bruder. Maschallah. Mach kein Auge! Naja, irgendwie... Oha, ich hab ne Maske. Ehre. Worum ich hierher hab. Zack, gönnen. Oh! Was ist denn... Oh, Bro, was... Was zum Geier passiert hier? Und guck dir diesen Rücken an, Alter. Pixel Perfect. Uff, uff, uah! Ist jetzt fertig, Alter? Wann ist denn das jetzt hier fertig? Ich hab Angst, dass ich jetzt noch sterbe, irgendwie im Laufe des Spiel. Ah, benutzerfreundlich das Spiel. Fällt mir. Nug Unterstützung. Schmeckt. Dann hebe ich mir die Maske jetzt besonders auf. Ich wusste es, oh mein Gott. Ich hab's mir schon denken können, dass da jetzt einer direkt um die Ecke kommt. Bro, lass mich aussteigen. Oha, Ehre. Checkpoint. Er wirft hier mit Alkohol. Er wirft hier mit Alkohol. Ehre. Nicht so nice. Uff. Uff. Ah, das macht ihr jetzt alle kaputt, ne? Ich bin so am Smurfen. Okay, nichts, Bruder. Tag, tag, tag. Und weiter. Hä? Ah. Oh mein fucking Gott. Wir haben ein paar Kisten gemisst, aber... Actually, muss ich sagen... Ich muss ehrlich sagen... Es hat was. Auch wenn ich schlecht geredet habe, immer so... Ah, Crash. Weiß nicht. Ich muss sagen, es hat was. Das freut jetzt... Jeevan sein Crash-Herz. Es hat was. Aber... Ich weiß nicht. Ich bin mehr. Wie ist das? Ich bin mehr. Ich werde mitgezählen... Danke für die Follower, Kuss, Kuss, Kuss. Kuss, 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 Kuss. So, Alter, wie funktioniert die Scheiße hier jetzt? Ich raff es nicht. Oh, Bruder, mach nicht diesen. Schon wieder Monkey Ball of Wish bestellt? Muss ich hier die Steine treffen oder was? Oh, Bruder. Bam. Bam. Aha. Ey, ihr wisst nicht. Ich habe fucking Monkey Ball Stream geplant, Alter. Dann werde ich euch zeigen, dass ich einfach krass bin. Oh, Bruder. Können den Stein? Jawohl. Oh. Ach, das ist so ein Wettkampf. Ach, was soll das jetzt hier für Fläche aussagen? Laber nicht, du Nub. Hallo. Was soll das jetzt heißen? Ich bin Monkey Ball Main. Oh, der Stein, Bruder. Ich war noch nie so geil, da drauf einen Stein zu treffen. Jawohl. Nehmen ihn so auseinander. Ihr glaubt es nicht. Aber er wird so hops genommen, der Junge. Zack, hier ein Stein. Zwei Stein. Ein Stein, zwei Stein. Ey, er hat einen Stein wieder normal gemacht. Gefällt mir gar nicht, Bruder. Hallo, ich habe gesagt, gefällt mir nicht. Lass das. Ist das eine Scheißsteuerung? Der Stein. Oh, Bruder. Nee, lass mal auch. Mann. Yo, er fällt es mich auseinander. Jo. Alles klar. Ach, er fängt dann wieder von vorne an. Yo. Ich camp jetzt hier einfach die Steine ab, Bro. Ey. Ich kriege ja sogar Schaden von den Steinen, Alter. Was ist das denn? Ey. Och, Mann. Wo sind die denn? Oh, Bruder, rückwärts. Dieses andere. Dieses andere. Oh, snipe doch den Stein, Junge. Oh, was? Oh, komm schon. Jawohl. Monkey Ball of Wish, Alter. Abfahrt. Nein. Das gefällt mir nicht. Nee, lass doch mal das. Ey, lass das doch. Mann. Warum macht mir das denn Schaden? So, komm her. Jawohl. Einen. Ey. Also, einen haben wir schon mal. Zwei haben wir schon mal. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh. Bro. Da hat der Emulator kurz meine CPU kurz weggeflankt. Da seht ihr wieder, dass Crash auch gar nicht gut für eurem PC ist. Also braucht ihr es auch gar nicht spielen. Wenn Crash mit diesen Grafiken schon die CPU beansprucht und die CPU abstürzt, braucht ihr gar nicht spielen. Ich sag's euch. Actually, muss ich doch hier einfach nur... Oh! Mach nicht diesen! Also wenn Crash euch schon die CPU zerschießt, dann wisst ihr, dass Crash irgendwas falsch gemacht hat. Ja, und warum drehen sich die Bälle hier nicht mehr? Oh shit, ich komm nicht dran. Oh, die sind alle nah beieinander. Gönn... Ja! Ja! Jawoll! Einmal noch. Vier Steine sind das mittlerweile. Jawoll! Aua, er macht Damage. Oh, das ist gut! 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 Gönne! Nein! Bitte! Bitte gönnen! Gönn doch den Stein! Nein! Das gibt's doch nicht! Ja! Ja, warte! Uff! Uff, 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 uff! Uff, uff! Uff, 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 uff! Uff, uff! Uff, 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 uff! Drako, uff, uff! There are three more elemental mass-quats-quats-quats-quats. Where he came from. And just as lucky as Habitare all significantly more powerful. Ha! Uff! I have no doubt that the water-eventry Fa wa wa, will make sure you'll never see the light of day. Yeah! Yeah! The Waterboy and I are gonna take you out. Ooh, I'm gonna rip your limbs away. Schon cool. Schon cool, wenn so ein bisschen was im Chat steht, bin ich ganz ehrlich, habe ich auch den Ansporn weiter zu streamen. Schon geil. Schön bunt, hier dann eine andere Farbe schmeckt. Rein da jetzt aber. Ich kenn da nichts, Junge. Wir machen das Spiel jetzt heute noch in der Nacht fertig. Der muss auch schon Gegner fetzen, Junge. Guckt hier dieses Move mit an. Bah, oh shit. Reingeschissen. Achter. Weg, Jesus. Ah shit, ich habe die Maske jetzt zu spät gesehen. Ah shit, ich habe die Maske jetzt zu spät gesehen. What? Okay, wow. Abfahrt. Auch nicht schon wieder aus der Perspektive. Warum? Ew. Okay. Muss ich irgendwie selber Gas geben oder fährt das Ding von selbst? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich A drücken muss, wenn ich ehrlich sein soll. Weil immer dann höre ich so einen Motor Sound. Oh, Bro, das ist mir zu stressig. Checkpoint. Nicht Spam, einfach durchhalten, okay. Dann probieren wir es. Kann ich auch driften? Ist das hier, wann kriege ich einen roten Panzer oder so, irgendwas damit ich was am Arsch habe, falls eine blaue oder eine rote kommt? Nee. Ähm, wenn ich ein paar Bananenschalen so, die wären auch nicht schlecht, wenn ich es sein soll. Oh, das war knapp. Oh, Bruder! Ich hasse es, wenn ich die Dinger nicht sehe vorher. Warum sind Wettschulden eh Wettschulden? Oh, meine Güte! Ach, komm! Das gibt es doch gar nicht, Mann. Das ist doch... Ich muss sagen, ich finde die Animation lustig, wie ich da nicht ganz schön in meinem Buggy sitze, Alter. So, jetzt wieder rechts, links. Oh, Bruder! Oh! Oh! Wann steige ich wieder aus? Oh! Kuss! 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 Gib ihm! Okay. Das war ja nie die Rede von 100%. Um Gottes Willen, da bin ich auch sehr froh drüber. Sondern die Rede war, das Spiel durchzuspielen. Das auf 100%, ich glaube, ich hätte surrendered, oha. Zwei Minuten. Ich dachte kurz, ich wäre krass und das wäre mein Rekord, aber leider nicht. Och, nee! Och, Mann, Alter, ich... Ich hasse auch schon die Mario-Level... Jaaaa... Ich hasse doch auch schon die Mario-Level, wo es ums Schwimmen geht. Och, zum Glück kann ich die kaputt machen. Okay, wenn ich A spamm, dann dash ich. Krass. Wasser-Level immer Schmutz, Mann. Das ist halt so true. Kein Mensch macht Wasser-Level gerne. Oh. Ne, gut. Oh. 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 oh der checkpoint, dann hatte ich das letzte mal ein checkpoint, richtig oh wow, ok, das war super dumm jo, was ist das denn jetzt, alter? fahr doch weiter, bro ok, ich nehm alles zurück, ich hasse das spiel alter, spiele schmutz, was soll das? so, wie funktioniert das Ding jetzt hier? oh, jo, ok, äh, auch, Digga, was soll denn das jetzt? ja, jetzt habe ich meine Maske verloren es gibt kein Todes-Counter, alter, oder kriege ich am Ende, wenn ich es durchgespielt habe, angezeigt, wie viele Tode ich hatte, actually, wäre lustig, aber würde ich absolut freiwillig skippen, wenn ich ehrlich bin geduldig spielen, ja, komm, das erzählst du mir der nicht mal in Hollow Knight geduldig spielen kann kein Todes-Counter, eh, jetzt Junge, bam einfach weg Ich sehe nichts wegen meinem Mikrofon aufkurs, Bruder nibn... noooo, was? hitbox ok Leute, die Crash spielen und auf den Stream gucken vollsten Respekt. Ach, Mann! Das ist so scheiße. Alter, guck dir an, wie er dasht. Wie er hier durchspeedet, Junge. Bam! Ja, okay. Durch jetzt hier, zack. Boah, ich habe ihm aber diesen anderen gepflegten One-Tap gegeben. Ich kann nicht in den Jet gucken. Das geht nicht. Oh, ein Leben, nehme ich. Ich habe nämlich kein Leben. Ach, komm! Ah, ja, okay. Oh, ein Checkpoint. Kurz. Oh, Kristall ist schon mal gut. Kristall heißt... Ach, Mann! Ich wollte gerade sagen, Kristall heißt Ende. Habe ich das... ...den Block da jetzt zu sch... Fuck. Jo, okay, man nimmt mich auch Cap Sniper, Alter. Einfach genau dazwischen geschossen. Einfach genau dazwischen geschossen. So, Bomben wird gedroppt, Alter. Zack. Der Hai kann sich mal verpissen, Bro. Warum bin ich denn jetzt hier eigentlich gestorben? Aha, an diesen Dingern hier. Zack. Zack. Ich denke nicht mal dran, oder? Ich schwöre, du wirst auf dem Amt geknallt, kenne ich nichts. Ist das hier wieder so ein... Jaaa... Fuck. Hä? Wo muss ich hin? Ach so, weiter nach links, Bro. Ach so, weiter nach links, Bro. Jo, meine CPU... ...brennt bei Crash... ...schafft aber... ...Twilight Princess und Breath of the Wild, Alter. Also... Es ist... es ist so. Crash ist einfach zu heftig für den PC. Es ist... disgusting. Ich kann Breath of the Wild auf dem PC spielen. Twilight Princess. Aber ich kann alles spielen. Alien Isolation, Prey. So richtig gute Games, die FPS brauchen. Ja... Oder gute Grafik haben. Aber TK... Das Crash meine CPU hier, äh... ...fast lahmlegt, Alter. Oha... Ich bin eine Frau. Oha... In der Optik, oder? Das Game ist bad. So, da ich keinen Knick in der Optik hab, gehe ich einfach mal stark davon aus, dass das... Spiel schlecht ist. Mann! Der Fisch, Bro. Der Fisch! Alter, es ist einfach... Fisch Level 18. Ich hab keine Ahnung, wie alt das Game ist. Du kennestulernen also! Dramatische Szene des